Danke, geht, funktioniert. Okay, the power of headless commerce, da ist er, der kopflose Reiter. Das ist immer die Frage, kopflos ist eigentlich ja nicht immer so positiv besetzt eigentlich. Wenn wir an das kopflose Händel denken, dann hat das meistens was mit planlos zu tun, das man im Kopf hat und oh mein Gott, man weiß ja gar nicht, wo man hin will. Aber in unserem technologischen oder digitalen Kontext bedeutet Headless eigentlich das genaue Gegenteil. Das heißt, unser Ritter Headless, nennen wir jetzt einfach einmal, den wir da sehen. Es bedingt, wenn wir von einer Headless Architektur sprechen, eigentlich, dass man einen klaren Plan hat, wo man hingehen will. Das heißt, das genaue Gegenteil von einem kopflosen Händel oder unserem kopflosen Reiter. Es macht dann Sinn, wenn man eine klare Strategie hat, wo geht die Reise hin die nächsten fünf Jahre, die nächsten sechs Jahre, was habe ich selbst für ihre Möglichkeiten, was will ich für ihre Bezahlmethoden haben, was will ich für ihr Shop-System haben, wie soll das Ganze zusammenpassen, dann wird es richtig spannend. Bevor wir aber da jetzt eigentlich tiefer reingehen, stelle ich einfach die Frage an die Runde, wenn ich sage Headless Commerce oder Headless Architektur, wer kann in der Runde damit was anfangen? Ja gut, dann, ja, hier, mittendrin, einer der, aber im Prinzip, gut, dann müssen wir doch beim Head, dann ist der kopflose Reiter vielleicht doch mehr Verwirrung, wie er Sinn stiftet, aber wir werden das jetzt in den nächsten Minuten hoffentlich aufklären. Ich versuche es möglichst einfach zu machen. Im Prinzip bedeutet Headless, wir haben ein bisschen was über Technik schon vom Tim gehört, er hat es auf eine andere Art und Weise, so der Quer, dargestellt, im Prinzip ist das das selbe Bild. Wir haben bei Online-Shops ein Backend und ein Frontend und im Endeffekt wird das Ganze sozusagen getrennt, geköpft, ja, decoupled. Und ich habe mich jetzt bei der, wie ich die Presi zusammen gemacht habe, habe es mich sehr gefreut, ich habe nämlich dann so ein bisschen recherchiert und habe gedacht, uh, wie beschreibe ich das am besten? Und dieser Text, den ihr da seht, ich finde, der ist total toll und der beschreibt das sehr gut. Der ist aber nicht von mir, ich habe den einfach in so einen KI-Text, da habe ich Headless als Schlagwort reingegeben und es ist unglaublich faszinierend, besser hätte ich es auch nicht machen können, das ist, finde ich, sehr gut beschrieben. Headless bedeutet, dass man den Frontend-Bereich, das ist das, was man sieht, das, was man beim Checkout sieht, von Superfit, was man anfassen kann, das wird im Prinzip von dem, der Logik, den Bonitäts-Check, den Daten-Check von PIM, bei Wintersteiger haben wir gehört, dass wir eigentlich die Daten aus dem PIM kriegen, von all diesen Dingen, das wird voneinander getrennt. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen sehr technisch, aber da drinnen ist auch sehr viel, was wir im Tele-Business brauchen, wenn wir eigentlich über Performance, über Conversion und andere Dinge sprechen. Es geht darum eigentlich um Flexibilität, um Ladezeiten, um SEO-Ranking, um all das, was notwendig ist, damit wir eigentlich auch wieder mehr verkaufen und damit mehr Leute in den Checkout durchkommen. Ja, was ist jetzt der Unterschied zu früher oder wo kommt das eigentlich her? Weil eigentlich sagen dann viele ja, aber das ist ja jetzt irgendwie, was ist da neu dran? Eigentlich war es ja eh immer so oder was ist der große Unterschied? Wir haben schon eine Reise hinter uns und ich glaube, einige hier in der Runde kennen CMS-Systeme oder Shop-Systeme oder haben damit gearbeitet oder haben es betreut oder werken damit. Nehmen wir WordPress her, eines der weit verbreitetsten CMS-Systeme. Da ist halt das Thema das, dass eigentlich die Logik von dem, was passiert und das, was wir eigentlich in unserem Handy und im Browser sehen, ist alles sozusagen in einer Wurst, in einem Teil drinnen. Genauso ist das Thema bei den Shops. Da kommen wir dann später dahin, dass früher bei klassischen auch Shopware, ja zum Teil natürlich, aber alle anderen auch, Shopify, Magento, so wie sie alle heißen, in einem Template-System arbeite und eigentlich sozusagen eine Mischung aus dem, was ich den Kunden zeige und das, was im Hintergrund passiert, ist mehr oder weniger alles in einer Box drinnen. Warum muss ich das vereinfacht darstellen? Und das hat halt Vor- und Nachteile in einem gewissen Bereich, weil wenn ich dann vielleicht nur einen kleinen Button ändern will, dann muss ich eigentlich alles andere auch mitdenken und muss ich alles andere mitnehmen, was in der Box drinnen ist und genauso testen, reviewen und so weiter und so fort und das entsteht, macht natürlich alles viel komplexer und viel schwieriger und was da auch entsteht, was man wahrscheinlich durchaus im Tele-Business auch kennt immer wieder, ist dieser Marketing-IT-Konflikt, wo Marketing herkommt und sagt, hey, wir brauchen jetzt dann noch schnell was drinnen, könntest du das nicht schnell einbauen? Und dann hast du auf der anderen Seite, ja, aber ganz so einfach ist das nicht, wir müssen ja dann noch checken, ob das, 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 das passiert. Und das hat oft sehr viel zu tun, wie im Prinzip das System, ob es jetzt ein CMS ist oder ein Shop-System aufgebaut ist. Und da ist sozusagen, jetzt springe ich da an einem Punkt noch weiter rein, jetzt wird es nur komplexer, jetzt sind wir voll, Hilfe, ich bin noch gar nicht auf der Dev-Stage, aber im Endeffekt gehen wir da trotzdem jetzt, da gehen wir durch durch die Reise, die schauen wir uns einfach noch einmal an, das ist dasselbe Bild von vorher, aber da sehen wir schon einmal den großen Vorteil von früher, wo ich sage, ich habe eigentlich in meinem Template drinnen den Content, ich habe die Logik, alles was im Backend passiert und ich habe alles, was vorne passiert, in einer Box drinnen. Und wenn wir vor einem Headless-System sprechen, Shopware, durch den API-First-Zugang, es gibt auch andere Anbieter mittlerweile, ich glaube, jeder hat irgendwo, wenn er ein bisschen surft, kriegt irgendwas mit, Headless hier, Headless dort. Was heißt das im Prinzip, was ist der große Clou dabei, dass man im Prinzip das, was im Backend passiert und das Content-Thema, einfach einmal köpft, man macht einen kopflosen Reiter eigentlich, damit man vorne losgelöst davon entwickeln kann und arbeiten kann. Und das hat mehrere Vorteile, auf die schon kommen wir dann auch herein und wir haben es hier jetzt einmal so auch gezeigt, das Spannende dann wird, wir haben diskutiert über PES-Lösungen, ich kann dann eigentlich, ich habe einmal meine Daten im Hintergrund, das sind meine Produktdaten vom Superfit zum Beispiel, die Schuhe, die Bilder, das habe ich alles da unten drinnen und dann sage ich, ich habe eine Website, ich kann das Frontend für die Website herrechnen, wow, Desktop funktioniert super, ich mache das Ganze responsive, vielleicht zeige ich da manche Dinge an und manche nicht. Das heißt, ich kann je nach Kanal, wo ich ausspiele, mich überlegen, wie will ich die Dinge darstellen und ganz spannend wird es dann, okay, ich kann das Ganze vielleicht auch einfach am Frontend bauen für die Geschäfte, für die POS direkt bei Superfit, wo ich dann vielleicht sozusagen im POS, es gibt da spannende Lösungen, da sind wir bei der Diskussion Omni-Channel, die wir schon beim Teams einen Tag gehabt haben. Also im Hintergrund habe ich das selbe System, aber ich habe jetzt nicht einfach einen Webbrowser, wo ich den Onnorshop anbiete, sondern ich habe ein spezielles Frontend, das ich eigentlich sozusagen für meinen POS baue, wo das ein bisschen anders ausschaut und Co., also wahrscheinlich nicht vom Brand her, aber von dem, wie es strukturiert ist, vom Leo-Truster und greife aber im Hintergrund auf dieselben Daten zu. Und das macht das Ganze so spannend, weil wenn ich ein bisschen eine komplexere technologische Landschaft habe, also nicht nur einen Single-Shop, sondern vielleicht in POS-Systeme, aber auch vielleicht einen CMS, einen Shop und andere Dinge, dann wird das richtig spannend. Weil, ich habe es jetzt so einmal drüber gebraucht, wir haben das Beispiel Wintersteiger auch heute schon gesehen, was die Johanna mit dem Daniel vorgestellt hat, da im Hintergrund, wir haben über das Design-System gesprochen, das Ganze wird headless gebaut. Was bedeutet das? Dass wir bei Wintersteiger die Seiten, die wir gesehen haben, die kommen vielleicht von CMS, das ist vielleicht in dem Fall Pimcore oder DxP, ist viel cooler wie CMS, weil das ist eine Digital Experience Plattform, aber im Prinzip ist es auch ein CMS. Dann haben wir da im Hintergrund vielleicht unser Pimcore-System, das ist über eine API, technisch angebunden dann an unser Design-System, an das, was man vorne sieht. Und dann wird es halt spannend, wenn man bei Wintersteiger sagt, okay, aber eigentlich, wir wollen eben einen B2B-Online-Shop haben, auf Shopware-Basis, wo dann die Verkäufer draußen im Prinzip sagen können, Excel reinladen und so weiter und so fort, die ganze Geschichte. Dann würde man normalerweise, sind das zwei getrennte Systeme. Dann gibt es einmal die Pimcore-Geschichten, die ich machen muss und dann gibt es die Shopware-Geschichten, die ich machen muss. Da ich beide eigentlich geköpft habe, beide Headless mache, kann ich oben drüber einen gemeinsamen Frontend-Layer drüberlegen. Und da wird es dann spannend für Unternehmen, wo ich sage, ich habe mehr wie eine WordPress-Seite. Wenn ich vielleicht nur einen Service-Bereich oder Customer-Applikationen, die ganz woanders herkommen, vom Java-Bereich oder so, oder irgendwas anderes, ersetzt es, wie ihr wollt. Es ist nur die Frage, kann ich das ganze Ding, kann ich es köpfen und dann kann ich aber oben drüber eine gemeinsame visuelle Experience schaffen. Wir kennen das wahrscheinlich alle, vor allem in Konzernen ist es schwierig, wenn wir uns das vorstellen, da habe ich meistens ein CMS, dann habe ich ein Shop-System, meistens ist es nicht direkt miteinander verbunden, machen wir schon, aber ganz, ganz viel spannender wird es dann, wenn ich dann noch Kampagnen-Landing-Pages habe und Blog-Systeme, weil die kommen dann über WordPress und irgendwas Typo 3 und diese ganzen unterschiedlichen Geschichten und dann ist es aber jedes Mal, wenn man so durchklickt, sagt man, ja, es ist schon das Logo, oben ist gleich, manchmal ist es vielleicht sogar das Logo nicht gleich, aber dann ist halt, die Farben sind noch gleich, aber die Elemente, wie das Ganze dann ausschaut, wie es sich anfühlt, wie die ganzen Karten und all das ausschaut im Detail, ist unterschiedlich. Warum? Weil es immer monolithische Silos sind und eigentlich immer nur auf dem einen System gebaut werden und wenn ich aber versuche, in meiner Architektur das Ganze sozusagen da zu köpfen, dann kann ich vorne zum Kunden hin diese eine Experience schaffen. Es ist schön, wir uns jetzt nur mal ein bisschen bleiben bei dem Bild anders vor, weil wenn wir da jetzt drinnen sind, gerade in den letzten Jahren hat es da extrem viel getan, da muss man jetzt einfach sagen, Shopware ist da ganz spannend mit dabei, aber natürlich allen anderen großen. Es gibt die Systemanbieter, die sind da unten, die kümmern sich um dieses Teil meistens und da muss man aufpassen, weil wir sind sozusagen aus Dienstleister sehr viel unterwegs und nur das System selbst macht man halt das, was ich vorne sehe, nicht. Und das ist das Spannende und ich habe gesagt am Anfang, wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren mit Headless Frontends, weil wir im Prinzip in den letzten Jahren mit was beschäftigen wir uns, genau das da oben eigentlich und auch das da unten, vor allem das da oben zu bauen. Das heißt, egal was unten ist, wir haben auf WordPress geköpft und da war es einen kopflosen Reiter gemacht und haben aus unterschiedlichen Sicherheitsgründen, Performancegründen, das war vielleicht nicht per se ein System, wo die nach außen gehen und sagen, wir sind Headless, aber wir haben das gemacht, um performante, flexible Lösungen voranzubauen. Wir bauen Shopware-Systeme auf Headless, wir bauen auf Custom-Software-Lösungen auf Headless, all das ist das Spannende, also wenn sie irgendwie sagt, hu, Headless, jetzt mache ich Shopware, Shopify, egal was, man muss ja immer bedenken, irgendwer muss das da oben machen und auch da wieder extrem viel Erfahrung, extrem viel Knowledge, die da dann reinläuft, aber das ist eigentlich das Spannende dran. Aber jetzt noch einmal zurück, das war jetzt sehr technisch, alles wahrscheinlich, ich verstehe es, was bringt es, wir kennen es von unterschiedlichen Shops, die wir betreuen und betreut haben, auch ich auch Consultant, wie ich es erlebt habe in den Jahren davor und ich habe sowohl auch bei meiner Zeit, ehrlicherweise eben beim Mobilfunk-Provider, das so erlebt, wie verantwortlich war für den Digitalbereich, dann hast du so eine Seite vorne und der klassische Fall, den ich gesagt habe, puh, ja, wir wollen doch nur den Button, ich will nur den Button ändern, weil ich eigentlich vorher ein bisschen das B-Testing gemacht habe und ich möchte ein bisschen was anderes ausprobieren mit dem Wording, ich möchte die Farbe oder die Position ein bisschen ändern und dann war das Thema, war das, das kann ich sagen, puh, das braucht aber jetzt 30 Tage und man denkt sich ja eigentlich, ich will eigentlich nur den Button ändern, warum sagt es mir jetzt bei der IT, es dauert so lange und es gibt einen Grund, warum die das sagen, no, 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 weil bei uns ist es auch so aufgebaut, dass das Ganze halt sehr eng verknüpft war, sozusagen, das, was ich gesehen habe und die ganze Logik dahinter, den Bonitätscheck, der war da drinnen, die Lagerstandsabfrage, was passiert dahinter, der war da drinnen, all die Logiken und die Drittsysteme waren alles sozusagen da drinnen und wenn ich gesagt habe, ich möchte nur den Button ändern, haben die Techniker, die Tester und Co. in den ganzen Prozessen halt das alles mitnehmen müssen, weil das nicht getrennt voneinander war und was bringt es damals und auch bei den Shops, die wir betreut haben, weil heute ist, ich habe jetzt einfach, hängt es mir nicht auf an den Zahlen im Detail, ob es jetzt dann 5, an 6 oder 4, aber im Endeffekt getrennt und es geht dann nur mehr darum, wenn es Headless ist, dass ich wirklich nur den Button, die Farbe und andere Themen ändere und nicht den ganzen Palast hinten nach mitnehmen muss. Ja, und das ist halt, ich habe es jetzt nur so zwischendrin zum Lesen, damit ich mir ein bisschen die Redezeit auch da spare, was reingeben. Was man heute erlebt oder was ich erlebt habe als verantwortlich für Hörpertal und genauso als Dienstleister, wo wir auch nicht davor gefeiert sind, je nach System, ist ja natürlich das, wenn immer der Kunde, der Partner kommt und sagt, oder auch wenn ich meine Leute frage, wie lange dauert es? Mach es einmal drei. Warum? Ich glaube, das ist alles, das sagen ja die Leute nicht aus einem Spaß heraus, natürlich aus Erfahrung, aber natürlich aus, wie einfach und schnell kann ich mit Dingen arbeiten. Und jetzt, auch schon wie letztes Jahr war ich auch in die Richtung, um das geht es auch ein bisschen, dass ich mit einer Headless-Architektur, wie wir es jetzt gebracht haben, mit dem kopflosen Reiter, diese Dinge einfach fragmentierter machen kann und schneller zum Punkt kommen. Jetzt gehen wir einfach schnell durch, jetzt habe ich so ein bisschen grob darüber gesprochen, was sind die großen Vorteile? Ja, jetzt stellen wir uns das vor, flawless user experience, wir haben über das schon ein bisschen heute gehört, ich kann, ich bin nicht eingeschränkt in dem, wie ich das Frontend gestalten will und deshalb natürlich, wenn man es erkennt zu dem Thema, der normale Prozess ist früher gewesen, wir haben die Designer und dann die UI-Abteilung und wenn die nicht sehr eng mit dem Design-Team oder mit dem Development-Team zusammenarbeiten, dann kann es sein, dass ich natürlich oft Dinge gestalte, die aber gar nicht so einfach mit dem System umsetzbar sind. Also wir haben auch zum Teil Kundenprojekte schon gehabt, wo wir jetzt nicht direkt für das UI- und UX-Design verantwortlich sind, wo es dann im Prinzip natürlich die Designer gewohnt sind, das kommen mit Vorschlägen, wie man Dinge gestalten kann, die aber mit dem System, das der Kunde hat, nicht möglich sind umzusetzen oder nur mit massivstem Aufwand. Man muss sich immer überlegen, das muss man vorne, wenn man coole User Experience haben will, das ist also eine Frage, du kannst eine Seite, ein Design kann bedeuten fünf Tage Aufwand oder 50 Tage Aufwand, je nachdem. Warum sind es 50 Tage? Weil es in einem monolithischen System auch mal sehr komplex werden kann. Mit einem Headless-System kann ich mich nur aufs Design konzentrieren und kann mich eigentlich voll auf den besten Weg, wie ich es für einen Kunden gestalte, eigentlich fokussieren. Neben dem, Top-Performance, warum ist es wichtig, Ladegeschwindigkeiten. Was nehme ich alles mit? Was braucht es alles, damit die Seite eigentlich schnell geladen wird? Da habe ich mit Headless einfach auch viel mehr Vorteile, weil es viel performanter den Code gestalten kann. Und warum ist es wichtig? Wir wissen es alle, weil Google vor allem beim Ranking Ladezeiten extrem wichtig bewertet. Das heißt, das ist nicht nur für den User wichtig, das haben wir jetzt fast vergessen, weil es ist auch das Thema, wie lange will ich warten, bis ich etwas sehe. Das ist dasselbe wie mit dem Checkout. Wenn ich auf eine Seite gehe und es dauert auf einmal irgendwie, wir haben es von Konrad gehört, bis ich die Bilder sehe, irgendwie fünf Sekunden, zehn Sekunden oder andere Sachen, dann wird es damit schwierig, dann werde ich die Kunden verlieren. Das heißt, ich muss es für den Kunden schnell machen, ich muss es für den Google schnell machen. Und das geht mit einem Headless, mit einer Headless-Architektur einfach viel besser. Heißt jetzt nicht, wenn es da Profis gibt, man kann es auch mit einer Template-Struktur gut machen, aber tendenziell hört sich das schnell einmal auf, wenn ich über mehrere Systeme gehen will. Genauso gehört dazu die ganze SEO-Optimierung, nicht nur die Ladezeit, sondern auch wie ich den Code gestalten kann, kann ich einfach viel besser, viel besser mit einem Headless-System machen, weil ich mich voll darauf konzentrieren kann. Das ist halt auch, wenn es um Conversion geht, ein massiver Vorteil. Und dann habe ich da noch was mit, was super spannend ist, nämlich nicht nur auf dem Web-Bereich zu arbeiten, sondern wenn man mit einem hellen System arbeiten, wie ich es gesagt habe, kann es sein, dass es eine Custom-Applikation hat, eine Software-Applikation, das ist das, was wir hier vielleicht sehen. Das ist eine POS-Applikation, die bei den Händlern per Touch bedient wird. Das Ganze ist aber sozusagen mit einem Design-System, das wir heute punktuell schon gesehen haben, vom Wintersteiger gebaut. Technologisch sozusagen ist das dasselbe vorne, wie es ist für die Bike-Landing-Pages, die wir gesehen haben, für die Drive-Landing-Pages, für den Shop. Und technologisch und visuell ist das dasselbe frontend bei den Leuten, die direkt im Shop stehen und hier Software-Applikation bedienen. Das heißt auch, da sind wir bei dem Thema Wiederverwendbarkeit und Skalierung. Wir haben kein eigenes Team, das für die Software-Applikation beim Händler selber was designen, sondern das ist sozusagen einmal durchdachtes Design-System, das für das CMS funktioniert, für den Shop funktioniert, für PS funktioniert, eine Technologie, einmal wiederverwendbar. Ja, also der große Vorteil, der große Vorteil ist, ich will immer für den Kunden das beste Erlebnis schaffen. Ich kann einfach viel besser customisen, wenn ich nicht in einer Template-Struktur drinnen bin. Ich habe die Freiheit, das zu gestalten. Ich bin flexibel und kann natürlich auch viel anders personalisieren. Ich kann mir rausnehmen, wo ich mich eigentlich darauf fokussieren will, was ich anders gestalten will. Ich kann natürlich, wie wir es gesehen haben, Innovation und Scalability, da kommen wir dazu. Ich kann sowas wie das POS-Teil viel einfacher gestalten und kann viel einfacher Synergien in Unternehmen nutzen oder auf meine digitalen Touchpoints. SEO, einfach das Nonplusulta, will ich erfolgreich sein, muss ich beim SEO-Ranking vor allem dabei sein. Ich kann, und das ist dieses berühmte Multi-Plattform, Omni-Channel, hat es vergessen, Christoph, ist bei euch Unified, Unified Commerce. Aber das wird natürlich, das ist jetzt nicht das Standard-Ding, das ist jetzt Tele-Business, aber das ist je nach Kundensegment, wo ich unterwegs bin, ein ganz wichtiges Thema. Und Ladezeit, 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 Performance, Performance, Performance für Kunden, für Google. Also, Headless heißt nicht, dass ich ohne Plan mich in der digitalen Welt bewege. Headless heißt im Gegenteil, ich weiß, wo möchte ich in drei Jahren stehen mit meiner Plattform, mit meinem Shop, und wie komme ich da hin, damit ich am Ende das Schloss erreiche, mit dem bestmöglichen Customer Experience und mit dem Business Impact, den ich haben will. Business Impact kann sein, dass ich mehr Revenues habe, Business Impact kann aber auch sein, dass ich einfach Kostenspar an der Service leihen oder einfach die Außendienstmitarbeiter enablen kann. Aber ehrlicherweise ist natürlich das nicht alles der Weg zum Schloss für unseren Ritter Headless nicht einfach nur mit lustigen Einkaufsschwüngen bei Wirtshäusern gespickt, sondern es gibt natürlich auch Dinge, die es zu beachten gibt, wo wir in den letzten Jahren sehr viel auch an Lehrgeld zahlen mussten, gemeinsam auch mit unseren Partnern und Kunden. Das ist alles nicht so einfach, weil wahrscheinlich geht es auch einigen da in der Organisation so, es zeichnet der da so Bilder auf und Technikthemen und weiß nicht, und wie spielt das zusammen? Es ist schon extrem wichtig, wie weit ist die Organisation, wenn jetzt sage ich, entscheide mich, was Headless zu machen, weil ich brauche, ich kann mich nicht komplett auf die Agentur verlassen. Wir sind die Experten, wir können das treiben, aber wir brauchen einen Ansprechpartner im Prinzip bei unseren Kunden, der auch uns challenged, der aber auch ungefähr versteht, warum dann Dinge vielleicht am Anfang länger dauern wie hinten nach. Aber genauso zum Thema, wie weit ist Marketing und IT, weil die Dinge verschmelzen miteinander und das ist das, wo wir auch beim Beispiel Wintersteiger mit Johanna so eine wichtige zentrale Position haben. Ohne solche Positionen würde es nicht gehen. Und ich habe es gesagt, es ist natürlich, damit ich da hinkomme, damit ich hinten nach die ganzen Vorteile nutzen kann, ist es so, ein Template in WordPress ist viel schneller aufgesetzt. Also das ist dann immer der Vergleich, Hammer, Thomas Vier auch gehabt, kann man erzählen, war die Aufforderung, wir brauchen schnell nur eine neue Domain-Website, könnt ihr uns die schnell bauen. Und wir sind jetzt im Aufbau eigentlich von unserem Headless-Frontend gemeinsam und natürlich können wir da nicht mit einem WordPress-Setup, mit einem fixfertigen Template konkurrieren. Warum? Weil es am Anfang einfach Zeit und Mühe braucht, um sowas aufzusetzen. und das zahlt sich auch dann nur aus, wenn ich weiß, hinten nach, darum Strategie, ich habe die Reise die nächsten drei, vier, fünf Jahre vor mir und es zahlt sich dann hinten nach aus. Und letzter Punkt, aber extrem wichtiger Punkt, weil wir einige Kunden ja auch haben, freut mich ja auch hier, die mit einem Headless-System arbeiten, das Ding braucht Betreuung. Also das Ding, im Prinzip, das gilt für Digitalia grundsätzlich, das ändert sich ja nicht. Aber es muss halt ein Bewusstsein, dass wenn ich eine komplexe digitale Plattform habe, ich muss mich darum kümmern, ich muss betreuen, ob es jetzt ein Shop-System ist, aber vor allem im Frontend-Bereich gibt es immer wieder neue Herausforderungen, ich muss ein neues System anbinden und ich brauche einen Verantwortlichen dafür, der sich darum kümmert und das weiterentwickelt. Das heißt, der Krux bei der Sache ist, ich brauche eine gewisse Größe als Unternehmen, damit ich sinnvoll mit so einem Thema arbeiten kann. Da springen wir jetzt drüber, vielleicht wird es zu viel. Jetzt habe ich vorher das, das ist alles sehr technisch gelastig und ich bin nur reingekommen mit dem Headless-Thema und Frontend und die Geschichten. Wichtig ist dabei, eigentlich ist nicht Technik, ist ja falsch, Frontend ist nicht nur Technik. Wir kommen natürlich vom Umsetzen, wir sprechen über Technik. Frontend ist natürlich Design. Frontend ist, wir haben es bei dem Wintersteiger-Vortrag gehört, extrem viel Brand, wie kann ich den Brand umsetzen in einen digitalen Touchpoint und jetzt haben wir uns von zwei Richtungen genähert. Wir haben uns von zwei Richtungen genähert, wir haben zuerst einmal einen Vortrag gehört über vom Corporate Design zum Design-System und ich bin jetzt von der Headless-Architektur auch beim Design-System gelandet. Warum? Weil das Design-System vereint mehr oder weniger die Technologie mit der Marke und ohne Design-System könnte ich mir die Welt ja gar nicht mehr vorstellen, aber was ist ein Design-System? Es ist jetzt wieder super kompliziert, müssen wir nachher nur einfacher machen. Ja, ich gebe schon Gas, dann springe ich darüber. Design-System besteht, es steht da, wir haben es vorher beim Daniel und bei der Johanna schon gehört, aus Design-Prinzipien, Anleitungen, in Komponenten, als all diesen Dingen, die eigentlich sozusagen meine Marke ausmachen, wie ein Style-Guide, nur hat das Design-System die ganzen technischen Aspekte auch dabei. Das heißt, es steht beim Design-System auch drinnen, wie schaut der Code aus, wie gehe ich damit um. Es ist sowohl für Techniker als auch für die Markenmenschen und für die Designer ein zentraler Platz. Wie kann das ausschauen? Einfach nur ganz ein paar schnelle Beispiele, damit man sich das vorstellen kann. Es wird in jedes Element, in jede Komponente, die es jemals auf einer Website gibt, genau beschrieben, wie die ausschaut und es wird sogar der Code-Ausschnitt, davon sieht man da unten, genau beschrieben. Das heißt, das sind nicht nur visuelle Elemente, sondern es sind, wie man es vorher schon gesehen hat, Code-Elemente, fertige Bausteine, die sowohl für die Developer da sind, als auch für die UX- und UI-Designer. Und da wird es halt dann super spannend, weil wenn wir jetzt das decoupled haben und dann haben wir gerade vorher darüber gesprochen, über hey, es ist mühsam, wenn ich etwas konzipiere, ist es überhaupt umsetzbar. Ein Design-System vereint in einem System, bei uns ist es dann meistens, wie wir es da gesehen haben, auch unter das Tool verwendet man Figma, Komponenten, die ausdefiniert sind, visuell und technisch und wenn bei uns UI-Designer arbeiten, dann verwenden sie nur diese Komponenten, die schon ausdefiniert sind, das heißt, jedes neue Ding, das wir sehen, ist eigentlich umsetzbar und ist machbar. Wie kann ich mir das einfacher vorstellen? Jetzt vielleicht, ich habe Lego-Bausteine, hat ja jeder zu Hause, mit dem baut ja jeder gerne. Und dann habe ich halt die einzelnen Bausteine und ich baue eigentlich oft meistens jetzt wieder mit Kindern, freue ich mich. Meine Raumschiffe schauen aber immer gleich aus und auch meine Piratenschiffe, vielleicht zu wenig Kreativität, aber vielleicht habe ich auch in meinem Kopf, so ein Design-System sind nicht die einzelnen Baustellen, sondern das sind Bausteine kombiniert schon zum fertigen Elementen, so kann man sich das vorstellen. Und diese fertigen Elemente aus Code kann ich dann verwenden, um danach whatever, mein Falcon zu bauen oder was mir immer einfällt. Das heißt, das ist der große Clou dabei, man hat im Prinzip dieses fertiges Baukastensystem, was nicht die einzelnen Steine sind, sondern Steine, die schon miteinander kombiniert sind, ob es jetzt ein Checkout ist oder ein Slider oder andere Elemente, die wir gesehen haben und kann damit viel, viel schneller meine Dinge zusammenbauen mit all den Vorteilen, die wir gehabt haben. Wir haben jetzt da nochmal das Wintersteiger-Design-System, ich schaue schon auf die Uhr, weil das Spannende ist, was wir da aufbaut haben, wenn wir jetzt nach dem Ding neue Seiten und Jobs definieren, wir greifen einfach auf diese Elemente zu, die wir definiert haben und im UI-Bereich, wenn wir konzipieren, clustern wir damit im Prinzip die neuen Seiten, wie sie ausschauen sollen. Das haben wir viel schneller im Prototyping, das haben wir viel schneller in der Konzeption und das Ganze hat auch sozusagen nur das Hackerl dran, dass es machbar und umsetzbar ist, ohne dass man den Frust hat, dass man damit zur Technik geht und sagt, hey Leute, können wir das irgendwie auch bauen und dann sagen wir, ja, müssen wir uns anschauen und vielleicht und 30 Tage. Also, das ist der große Clou. Ich bringe, das ist das Wichtigste. Warum Designsystem, warum Headless, weil es im Prinzip diesen Kampf oder diese Fronten, die man klassischerweise hat und die immer weniger sind, aber die gibt es schon noch zwischen Design und Marketing und Development ein bisschen auflösen kann oder eigentlich voll, weil, Gott, ich schaue wieder in die Richtung von den Kollegen hier vom Möbelhaus, mein Gefühl ist, dass da diese Fronten nicht mehr so stark gibt, weil da sehr lange schon so gearbeitet wird, ein gemeinsames System, wo im Prinzip das UX-Team und das Dev-Team, die einen vom Visuellen, die anderen vom Technischen, an einem Thema arbeiten und das bringt zu der Organisation, der Zusammenarbeit einfach extrem viel, weil ich extrem viel Reibungsthemen, die ich habe, einfach reduzieren kann. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, eine halbe Stunde brauche ich noch. Ich habe nämlich ein Rechenbeispiel, ein komplexes habe ich jetzt noch mit. Da gehen wir jetzt und durch, das schaffen wir jetzt noch um die Uhrzeit, dass wir ein bisschen rechnen. Es ist ein Rechenbeispiel, das bewusst natürlich ein bisschen die maximale Komplexität abbildet, aber damit man sich das vorstellen kann, wenn man es ein bisschen komplexer hat, ein Button ist ja nicht nur ein Button. Warum dauert das so lang? Weil ein Button kann unterschiedliche Typen eigentlich haben, wie der ausschaut. Der kann dann noch unterschiedliche Varianten haben, wie ich den verwende, unterschiedliche States und auch unterschiedliche Themes. Das sind alles sozusagen Punkte, die am Multiplikator ergeben, wenn ich nämlich da was ändern will oder den Button ändern will, muss ich das damit bedenken, muss ich das damit bedenken, das damit bedenken, das damit bedenken. Das heißt, ich habe eigentlich bis zu 72 Assets, wenn ich so will, in total. Jetzt sagen wir mal einfach nur pauschal zum Rechnen, weil so gut bin ich nicht, habe ich einfach fünf hingeschrieben, dann tue ich mir einfacher und dann sage ich, ich habe eigentlich, möchte den Button ändern. Dann habe ich aber einen Shop, der allein funktioniert, also einen CMS, das allein funktioniert, wo der Button drinnen ist, sagen wir es CMS ist, weiß ich nicht, Pimcore, WordPress, es ist wurscht. Dann habe ich halt einen Online-Shop, auch egal was es ist, und vielleicht noch Custom-Apps. Dann muss ich aber das ganze Ding, wenn ich es nicht Headless habe, sondern eigentlich immer in den Box, in den Container, wo es gemeinsam gemacht wird, muss ich es einmal in den Container CMS, zwar mein weißer Standard, standardisiert hast, wenn du immer wieder was machen musst, bis zu, wir haben es ehrlicherweise zu allem noch mehr, was wir erlebt haben und bis zu 30% reduzieren können, einfach weil du in die Wiederverwendbarkeit kommst. Und was auch super spannend ist, du kannst natürlich mit so einem fertigen Komponentensystem auch neue mögliche Applikationen viel, viel schneller entwickeln. Und neben den Themen, um was geht es im Marketing, wir müssen nächste Woche eine Kampagne draußen haben. Oder halt, man kommt halt im November erst drauf, dass man im Dezember gern, weiß ich nicht, einen Adventkalender, Zoll vorkommen, hin und wieder. Da muss es schnell gehen. Weihnachten kommt immer sehr überraschend, ehrlicherweise. Und deswegen ist sowas auch ein guter Punkt, damit man da einfach schneller raus sein kann mit neuen Themen. Und, was man nicht vergessen darf, Zusammenarbeit. Warum ist oft alles frustrierend, wenn alles immer mühsam ist im gemeinsamen Arbeiten. Und ein Designsystem, also helle Architektur ermöglicht ein Designsystem. Und ein Designsystem macht die Zusammenarbeit einfach trotzdem, es wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, das ist nie, aber es läuft viel besser und schneller ab. Und das macht dann Spaß, wenn ich langfristig an einem System arbeite. Also, Designsystem, ich habe es genannt, die Königsdisziplin einer Headless-Architektur. Ich kann Headless machen ohne Designsystem, aber wenn ich es ernst nehme, Designsystem, Headless, ich bin konsistent in meinem Markenauftritt, ich habe beste, weil ich kann zum Beispiel nur einen kleinen Exkurs zum Thema Qualität, weil man sich vorstellt, man hat vier unterschiedliche Dienstleister, die mir meine Landingpages bauen, weil da ist einmal die Kampagne, da ist das Systemessage, das ownership, da macht jeder den Code, die Codequalität anders. Das heißt, mein Ranking, mein Page-Logging, all diese Themen Accessibility, ich habe keine Konsistenz drinnen und auch keine Qualitätssicherung. Mit einem Frontend, das über alle Systeme drüber geht, habe ich Konsistenz und Qualitätssicherung. Ich kann meine Kosten reduzieren, ich bin schneller draußen. Ja. Ja, so, jetzt ist halt die Frage, und, soll ich jetzt auf Headless umstellen? Falls ihr das fragt, ja, ja oder nein. Im Endeffekt, ich habe es schon gesagt, das sind die wichtigsten Punkte. Wenn ich mehr habe, wie eine WordPress-Seite, sondern einfach mehrere digitalen Touchpoints, mehrere Systeme, vielleicht auch mehrere Länder, dann macht das definitiv Sinn. Ja, wenn ich eigentlich den Kunden mehr bieten will, wie jetzt nicht böse sein, ein Standard-Shopware-Template, ja, wenn ich sagen will, ich möchte halt, dass mein Kundenerlebnis anders ist, dann macht das definitiv Sinn. Wenn ich eigentlich eine größere Infrastruktur verwalte oder verantworte und man denkt, puh, aber so ein Marken-Relaunch oder Design-Änderung, so viele Agenturen zu managen und so, oh, kriege ich schon Bauch, wie war ich das nicht haben will, dann würde ich definitiv in Headless gehen mit einem Design-System. Und im Endeffekt, wenn ich halt Bock drauf habe, mit coolen Leuten gemeinsam Themen zu arbeiten und dass sie die nicht dauernd irgendwie in einen klassischen Marketing-IT-Krieg reinkriegen, dann macht das definitiv Sinn. Wann macht es nicht Sinn? Wie gesagt, wenn ich jetzt meinen isolierten, da muss ich schon einmal draufdrucken, wenn ich meinen isolierten, kleinen Shop habe, dann würde ich das nicht empfehlen, weil natürlich der initiale Aufwand hoch ist und natürlich trotzdem mehr Aufwand bedeutet wie ein Template. Also es ist nicht die Lösung für alles, es bedingt einen gewissen, sozusagen Setup und einen gewissen Plan, wo das Sinn macht. Ja, und das war die Reise von unseren Ritter. Headless bedeutet nicht, hoffentlich, wie wir gelernt haben, wir müssen dann nur per Interview Fragen stellen, dass wir planlos durch die Gegend laufen, sondern es bedeutet, ich weiß, wo ich hin will, ich will den Kunden die beste Experience bieten, ich möchte für mich relevanten Business Impact schaffen, ich will die ganzen Meistern dazwischen schaffen und das geht mit einer Headless Architektur definitiv sehr gut und dann kann ich am Ende vielleicht auch im Schloss die Prinzessin retten und dann sind alle glücklich. Vielen Dank. Vielen Dank.